Liebe ZOOC, mein Name ist James Teske, ich arbeite bei Oracle seit fast 25 Jahren und in dieser langen Zeit habe ich die ZOOC begleitet und die ZOOC mich auch. Ich bin froh, dass es euch gibt und ich hoffe, dass das auch weitergeht mit der ZOOC, weil die Idee einer Community ist wirklich grandios. Jeder kann einen Beitrag leisten, jeder kann profitieren und das Beste ist, jeder kann dabei etwas lernen und Spaß haben. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben nicht nur einfache Zeiten, wir haben auch manchmal schwierige Zeiten. Vieles zum Jahreswechsel wird immer hergenommen, um zu sagen, was können wir besser machen. Und ich möchte das nicht tun, sondern ich möchte euch mit auf den Weg geben, seid stolz auf das, was ihr machen konntet und nehmt euch nur vor, von dem ihr denkt, dass es wirklich wichtig ist. Weil nur die wichtigen Dinge sind die, die euch gut in Erinnerung beleiden werden. In meiner Rolle bei Oracle habe ich gelernt, dass es sehr, sehr viele gibt, die einen Beitrag leisten können. Und man muss die manchmal erst finden. Es ist so ein bisschen wie bei mir im Hintergrund. Dieser kleine Bestand von Bäumen ist nur ein kleiner Vorläufer von einem großen Wald. Und sobald man mal in diesem Wald ist, sieht man ganz viele Dinge dort. In diesem Sinne, bleibt auf Entdeckungsreise, was ihr machen könnt und macht es einfach. Ciao, macht's gut. Sobald ich kann savoir, wie Epiel ist das Schert Radio undllover im Hintergrund. Sobald ist meine Resource sch Papa